Heuer geht's zum Kaiser-Friedrich-Turm, Eugenrichter-Turm. Gegenüber sehen wir den Goldberg mit dem Bismarck-Turm. Links ist das Stadtzentrum, aber da gibt es bessere Möglichkeiten zum Filmen und Fotografieren. Ich befinde mich auf dem Wanderweg A2, da geht es Richtung Waldflust. Und wie man das hier so schön hat, ein Hohlweg. Auf der Ecke, da ist die Volkssternwarte und der Eugenrichter-Turm. Die andere Seite, wo der Hohlweg wäre, findet sich hier im ersten Blick nur ein Loch. Hier hat der Kirillsturm im Januar 2007 gehaust. Man hat hier den sogenannten philharmonischen Wald gepflanzt. Der entwickelt sich langsam. Auch hier eifriges Vogelgezwitscher, finde ich schön. Ansonsten sehr ruhig. Auch hier. Untertitelung des ZDF, 2020